Moin alle Gute, hier ist Krise aus dem Asport. Wir sind heute zu Wickring am Asport für die Gewinner vom Asport Trail Challenge 2017 zu verlassen. Heute sind wir aus der Mark vom Asport Red Rock Challenge. Jetzt sind wir aus der Klot vom Half-Trail an der Steve von der Fola. Nach kurz zu den Spielregeln. Wir haben heute neben den zehn Sportlern, die auf drei oder fünf Heuer die Schweine matt gemacht haben. Die haben eine Chance, ein kleines Spiel nach dem Asport zu gewinnen. Wie es geht, wir machen dann acht Beispiele. Die Heuer ist die Leute, die getroffen sind. Die haben dann eben den Asport gewonnen. Männer sollen mir einkriegen, neben kurz zu zümmeln, dübeln, mischen und dann Böscher machen, damit wir direkt keine Last werden. Können wir die Drehner? Ja, wir können auch kurz tauschen. Bisschen tauschen. Bisschen mischen. Und dann dübeln wir so zu zümmeln. Ja, dann hier ein paar Ehrchen dran. Und die Lasten. Die Lasten ist jetzt. Wie soll sie aufhangen können? Oh, die nächste gewinnt auch schon fast. Der Schnecke direkt? Ja. Keine Chance. Jetzt sind wir aber Basketballspieler. Stiefelstück vorbei. Okay, Schwab oder Becht? Na, einer. Ah, die Lachen einfach für den Klo. Ah, ja. Tipptoppelung als Gewinner. Pass. Ja, was kann ich tun? Kann ich dir nicht ausmachen? Ja. Der nächste Gewinner aus, dann. Ich weiß nicht, was ich noch was. Fortunato. Jose. Der zweite Gewinner aus. Rupat Dani. Dann nehmen wir den Schmieds Tom. Und schminken dann noch mal das Quiz für den DKV. Für den DKV. Last Gewinner, der Gewinnerin. Schönenmark. Glückwunsch. Wir kontaktieren nicht vom Asport. Da hat man wohl auch schon können, dass er im Kader von der Asport-Zeitling-Overtur zu Angeldorf Preis seit dem 24. Januar über so 7 Uhr zu Angeldorf überreicht geben. Auch dieses Jahr findet ein Asport-Trail-Challenge statt. Da haben wir auch schon da. Du machst das. Also auch dieses Jahr habe ich Sponsor vom Asport-Trail-Challenge. Der 22. Januar aus dem Urban-Trail-Challenge. Der Red Rock aus dem 6. Januar 2020. Der Haart-Trail, den 20. Januar 2020. Der Voller-Trail aus dem 19. Januar 2020. All die Informationen von der Woche auf www.asport.de.lu und nach der Rubrik Trail-Challenge 2015. Bis dann. Schönen Abend nach. Ciao. Asport Asport